ja also zu allererst erstmal zum wohl hier gibt es den 43er mit milch für mich und ich habe feierabend und deshalb erstmal herzlich willkommen im feierabend und weil hier seit gestern die 101 steht ja habe ich mir überlegt was macht eigentlich hier schon seit 24 stunden und lasst mir das jetzt mal erklären und habe gedacht jetzt lasse ich heute einfach mal kamera unser kleines zoom geräte nebenher laufe ja hallo ich habe in letzter zeit youtube tutorials angeguckt über drums synthese und verschiedene geräte die es da jetzt auf dem markt gibt und wollte einfach mal gucken mit mit was ich das hier auch machen kann und ja jetzt einfach mal den 101 nach vorne geholt und das ist ein synth also ganz normal hier vorne hat er oszillatoren das klingt dann so ein bisschen sägezahn und das ganze geht dann hier in den filter rein geht hier ein filter rein und dann kann ich den klang hier praktisch filter und wenn ich die resonanz auf macht fängt es ein bisschen an zu kreischen mehr und das interessante ist dieses kreischen das hört man immer noch auch wenn ich den oszillator weg nehme also da hört man jetzt erstmal praktisch gar nichts ja ist ja kein eingangssignal da aber wenn ich die resonanz am filter hochdrehen und dann die frequenz langsam erhöhen dann hören wir einen ton und das wie man hier sieht ist eine reine sinuswelle eine sinusschwingung die da vom filter praktisch entsteht also so entsteht auch oft der klang von dem synthese selber das ist die wellenform in verbindung mit dem filter dem oft hört und ja wenn wenn man jetzt drum sounds erstellen will eine sinuswelle hat es ja hier gar nicht aber über den filter komme ich doch zu einer und jetzt brauchen eigentlich nur noch eine hüllkurve sowie beim bassim dieses kick vst das sehr beliebt ist und jetzt ich einfach über diese hüllkurve steuer ich das filtern also einfach diese bewegung automatisier ich hier das versuchen wir mal hier und dann müssen wir nur noch gucken dass der grundton auch wirklich dem entspricht was ich hier spiele also jetzt spiele ich zum beispiel mal hier auf meiner tastatur und muss jetzt das filter so weit bewegen bis hier auch im c angezeigt wird es ist millimeter arbeit müh arbeit müh arbeit müh arbeit also der regler gibt es fast nicht her so ungefähr bin ich jetzt auch wirklich bei einem c und wenn ich jetzt hier das keyboard follow an auch noch einschalt und dem filter sagt je höher ich spiele desto höher soll er auch das filter spielen kann ich diese kick dann plötzlich auch tonal spielen ich kann auch noch tiefer gehen moment weiß nicht ob ihr das noch hört auf euren computermonitoren ja und so kann man alle möglichen drum sounds erstellen und das habe ich hier mal gemacht also ich habe zum einen habe ich hier mal ich zeige es auf die schnelle mal hier so ein ton aufgenommen in verschiedenen tonwellen hier ein anderer das habe ich dann schön geschnitten und hier in zum beispiel in drum rack reingeladen und dann klingt die kick so und jetzt habe ich einfach weiter gemacht also der bass ist jetzt nicht so toll hier aber auch die schnelle mal den bass noch dazu gezaubert moment ich mir von woher auch alle das ist alles nur die 1 0 1 was jetzt hört wirklich nur die 1 0 1 das ist die kick dann habe ich auch die schnelle im bass geschraubt hier habe ich eine snare gemacht das ist praktisch nur weißes rauschen ein bisschen höhlkurve und das war's schon hier hatte ich eine zweite snare gemacht die ich dann aber nicht so gut fand und die habe ich dann hier habe ich die praktisch noch kürzer gemacht und einfach das sample hochgepitcht und so bin ich dann zu einer hi hat gekommen oder zu was was klingt wie eine hi hat und dann machen wir die snare dazu und jetzt habe ich hier noch so einen woodblock mäßigen offbeat dinger kennt man ja auch die 1 0 1 da habe ich ein bisschen reverb und so drauf gegeben und habe hier auf die schnelle mal noch eine melodie eingespielt auch die 1 0 1 auch mit delay hier vom pcm 80 ja und alles zusammen das ist jetzt also praktisch ein von einem one synth psytrance loop klingt dann so oh Moment klingt dann so Ja, also kann man mal gucken und hören, was man mit so einem Ding alles anrichten kann. Ja, und zum Beispiel die Kicks, hier geht es ja noch weiter. Ich gehe hier aus dem Synth raus, rein in die Patch Bay und von da gehe ich dann praktisch weiter zum Transient Designer, dann hier oben zum Charisma und dann zum Vitalizer und da könnte man jetzt praktisch diese Kick auch noch bearbeiten oder ein bisschen verzerren hier noch Tiefpass dazufügen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause habt. Aber es macht schon einen großen Unterschied. Also das ist die Plankwelle und danach kann man noch sehr viel damit anstellen und dann kann man da wirklich viel rausholen. Ja, da sitze ich gerade seit dem Park 2 und habe viel Spaß dabei. Ja, wir haben jetzt heute nicht eingeschlafen und fand es cool mal zu gucken, was bei uns mit der 101 so abgeht. Ja, hier oben. Ja, ich mache das. Vielen Dank.